Wenn man in der Hintergrund schon sehen kann, ist der Peeking voll im Gang. Ah, ja. So, jetzt geht das Werfen, wie gesagt. Überflieger. Oh, ich meine, Quatsch, man findet auch verschiedene Waffen und Schaufel und so ein Horn. Ja, einfach verschiedene Waffen auch noch. Ja, lustig. Ich bin halt mehr so der Typ, der auf die Werke steht. Zum Beispiel Versuch. Ich mache erstmal Stärke und Verteidigung und so, weil man die benutze ich eigentlich nicht. Ja. Und der Fleck auf ihm ein. Fleck und dann Leben. Kann man das machen? Was? Wenn er auf dem Boden liegt, auf ihn einschlagen? Nein, 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 nein. Okay. Das wäre cool. Einfach, wenn er auf dem Boden liegt, kann man auf ihn drauf springen. Aha. Ja. Das ist ganz lustig. Ach so. Schwarz. Schmeckt auf ihn drauf. Ja. Und dann die Damage. Und dann kriegt die Mechel ab. Cool. Ja. 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 Und der ist auch tot. Und dann gehen wir zum nächsten Level. Ich glaube jetzt kommen Weltgemeinen Hassgegner an. Was ist denn? Ne, die kommen jetzt nicht. Die kommen zu den Wildtunern ab. Das sind fast eine Haskel, das wir spielen. Weil die bleiben so viel aus. Und Level 2! Wuuu! Jetzt habe ich schon eine neue Combo. Wenn ich jetzt Doppel A mache, Doppel A ist Doppel A? Also Doppel Leertaste, Doppelsprung muss ich sagen, Ich habe noch einen Wilde. Cool. Doppel A, was du? Doppel B, nicht Doppel B. Doppel B, nicht Doppel B. 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 Ah, hier klingelig. Das gute alte Telefon. The good old. The good old. Ja, the good old. I'm very good in E. The. Telefon. The. Immer the. Ich hasse so, wenn die es sagen. Er fällt ja nicht. Ja, wir wollen jetzt hier keinen Namen nennen. Und das sind meine Hassgege. Was ist das für Moos? Schimpfwörter. Ja. Egal. Ich sag auch mal Schimpfwörter. Die Gamer hat doch nicht meine Videos gesperrt. Ja. Akta. Nein. Und hier finde ich schon die erste Waffe. Ein bisschen Bogen. Oh mein Gott, Junge. Du hast einen Bogen gefunden. Ja, und ich stell's noch gleich mal ein. Peng. Peng. Hä, du kannst Bogen und gleiche... Du kannst mit dem Bogen schießen und gleichzeitig hauen. Ja, das ist halt so... Total so wie der Trank. So was. Okay. Das sind echt viele. So was, dann... Es ist so... Wie man mag's sagen... Kampf zwischen den beiden. So Schwert aufeinander prallen. Okay. Und dann muss man... Fernsehzeichen... ...X oder D. Alter, welcher Angriff? Durkin. 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 Ja, wir haben gesagt... Samstag? Samstag? Ja, ist da drin? Ja. Ja? Ich hoffe, ich krieg das Video heute noch hochgeladen. Ja. Wo sie auch schmalen und so... Das nervst du halt. Aber... Das muss sein. Genau. Und wer sich alles auf Weihnachten freut... In die Kommentare schreiben. Ich freu mich sehr drauf. Me too. Ich wollte eigentlich Tito sagen. Ich habe mir Tito gesagt. Tito. Juuu. Mario kann fliegen. Kann er? Nein, kann er nicht. Alter, wo kann man der auch immer her? Der hätte doch irgendwas da oben gefunden. Ich bin Mario. Wo kannst du fliegen? Ja. Eigentlich ist das ja mein Spruch, ne? Mario kann... Ja, den hast du erfunden. Hast du erfunden? Ja, den hab ich erfunden. War auch richtig kreativ, ne? Mario, richtig kreativ, ne? Ja. Ja, und kann fliegen. Ja. Ja. Oder in der Krieg fallen lange sieht man schon die Pfeile fliegen. Die Leute zermetzelt. Die Leute werden alles zermetzelt. Ach, da unten war noch einer. Das ist ja dann fressen. Hi, Alter. Alter. Fick dich. Alter, man hat den gar nicht gesehen. Was frisst der da? Menschen. Hey, also... Der frisst Menschenfleisch. Ich weiss nicht, ist das so ein... Ich weiss nicht, ist das so ein... Es gibt auch ein Level, da bist du in einem UFO drin. Was für ein UFO? Da sind's dann so... Was für ein UFO? So... So... So ein UFO halt. Alien. Das sind so Bienen-Aliens. Was sind Bienen-Aliens? Sie sind wie Bienen... ... aus dem All. Okay. Versteht man. Da hinten... Da hinten... Das wird gleich der erste Endgegner sein. Also ein kleiner Endgegner sein. Wer? Dieses... Der legt dieser Rambot da. Alter, das sind wirklich alle. Und da kommen auch schon die ersten Legner wieder nach. Na ja, die ersten Legner kann man nicht sagen. Auf dem Wasser... Wenn man auf dem Wasser läuft, ist man halt langsamer als... Auf dem Land, weil... Auf dem Wasser also. Weil Baum. Weil Baum. Weil Baum. Mama, wieso ist die Sonne so hell? Weil Baum. Ey. Hast du, dass wenn man Pfeile schießt, ich habe den Boden wieder aufgehend, der Pfeile genau auf dich zukommt. Was? Das fasse ich auf. Ja. Miiiint. Juhu kann fliegen. Bei mir wird wahrscheinlich... Also auf meinem Kanal wird wahrscheinlich bald Hitman erscheinen. Das neue Absolution, oder? Ja. Mal gucken. Vielleicht sehe ich den auch. Okay. Kann man jetzt... Nee, ich glaube nicht, aber trotzdem, du kannst ja austauseln. Und dann... Und ich werde wahrscheinlich Far Cry 3 zucken. Das werde ich natürlich nicht. Warum nicht? Weil ich noch kein Geld dazu hast. Ja, ich habe auch ziemliche Geldprobleme. Ja. Wir sind Pleite. Ja, wir sind Pleite. Nicht nur nur Pleite, sondern wir sind endlich. Ja. Sorry. Ja. Ja. Ja.